Nettereich gefarmt ist, das brate ich gerade durch und ja, in der Zeit graf ich nur kurz was von der Nettereichspedition noch ab. So, das ist ein, das ist ein. Zehn haben wir schon. So, dann live im Video. Nummer 1. Ah, doch kein Achievement. Da gibt es nur ein Achievement. Und Nummer 2. Ja. Das Kamera mit dem Geraden. Und dann... Gehe ich wieder ein bisschen ans Villager zurücksetzen. Aber jetzt haben wir so schon ziemlich alle Villager. Aqua, Community. Das ist auch geil. Ja. 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 ich mache jetzt dann die rüstung und wenn ich was an der rüstung endet wieder einen fortschritt erreicht ich habe mir eine full netherite rüstung gemacht. helmen kann man auch daran arbeiten aber sonst ist geil jetzt bin ich dann noch ein schwert und dann bis zur nächsten folge in der nächsten folge machen wir dann noch mit den villagers weiter und dann tschau